hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von monstrum 2 genau eigentlich mal wieder weil letzte woche ist es halt aus gefallen gefallen genau ja das lag halt daran weil wir beide sehr beschäftigt waren wir haben irgendwie generell viel geschuftet und dachten dann so okay belassen das jetzt mal aus und wir haben auch noch eine alternative gesucht was nicht ganz so funktioniert hat genau genau deswegen haben wir haben so pasmophobie aufgenommen und beide haben das nicht so ganz gefühlt irgendwie ist da nichts passiert keine ahnung weil wir vielleicht doch amateur genommen haben eine katastrophe und jetzt so richtig hat es auf steam für ein zweifolge oder so dem jetzt halt immer spielen können oder so jetzt nicht mal zum beispiel halt mal so ein survival spiel sondern halt mal ein spiel wo was auch eine story hat es gibt ja auch viele spiele wo man halt eine story und das alles so machen kann und deswegen daran suche ich gerade und ich habe schon einige tolle sachen gefunden wird ihr wir sollten anfangen mit dead by daylight und dead by daylight oh mein gott das ist aber auch survivor spiel aber es gibt halt immer so ein wunderschönes lobby spiel zum beispiel auch hier jetzt gerade ja wie spiel das besser als das eigentliche game ach übrigens bevor wir es vergessen mit uns dabei sind tyler und malte genau teil ist aber gerade noch mute und malte ist gerade nebenbei noch was anderes am klären aber jagt uns trotzdem wieder sein wundervolles monster genau dementsprechend wird man von den beiden in der folge vielleicht nicht ganz so viel hören aber die sind auf jeden fall mit am stöße also nicht wundern dass wir ein paar mehr personen gerade in der runde sind wir sind nicht allein leute es tut mir leid ich habe gar nicht mitbekommen dass ich die ganze zeit gemütet bin ja genau dann guckt er erst mal mit so wer stream für ihn ja weiß ich nicht so genau so wir können einfach mein stream gucken er stimmt die ganze zeit nebenbei offen das ist ja ganz lustig dann ist in ordnung gut denn siehst du denn was denn hier passiert und ich muss jetzt erst mal wieder ein bisschen reinkommen hier so es leiden genau perfekt super perfekt alles klar so teiler ja das ekelhafte monster das ist die map ist eine ganz andere als sonst ja ist doch ganz gut oder nicht ich habe jetzt schon den ersten hit von malte bekommen ja so muss das so ich habe schon den ersten mal eingesackt hier natürlich ja generell hat sich nie was geändert hier wenn ich jetzt hier zum beispiel lang gehe dann bin ich tot ja genau ich muss das jetzt testen es ist auch überall so so gitter an den fenstern sind und so ja das ist doch cool also die map müsste es eigentlich schon etwas länger geben hier sind aber auch fahking viele dingsbums unterwegs bumsenkuchen meine herren wie nennt man das denn bumsenkuchen wie nennt man das denn meinst du ein Bunsenbrenner nein ich rede von hä in vier metern ach ein raum weiter in vier metern bitte rechts abziehen ja so oooohh Malte ich hör dich doch schon wieder irgendwo Kacheln hier aaaaahhhh tschüss Malte tschüss Malte Ja, ne. Ja, ne. Willst du das Spiel runter? Klappt das? Nicht, dass ich wüsste. Irgendwo ist Malte doch gerade. Ja, irgendwo bin ich immer. Muss ja Euro sein. Oh, ein Tape. Sehr gut. Oh Gott. Geht was? Habe ich Priess gesagt? Hallo. Oh. Das ist so ekelhaft. Natürlich lauf ich ihm auch direkt wieder in die Arme. Oh no, no. Here we go. Wo bin ich denn gespawnt? Irgendwo im Arsch der Welt lauf ich. Was ist denn das für ne Map? Ich bin auf einem Dach. Oh, I see. Was? Also übrigens... Ich appreciate jetzt gerade, dass Malte hundertprozentig nicht meinen Stream gucken wird, um zu checken, wo ich bin. Nee, 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 nee! Nee. Ich hätte viel zu viel Schiss, dass dann die Verbindung erbricht. Wer von euch ist gerade gestorben? Ich. Das ist doch schon wieder unfassbar. Nur leider. Und ich war noch so, ja, drei Leben reichen halt safe. Wenn wir so drei Personen sind, die wegrennen, ja, easy go. Ja, easy. Nicht. Betty, ich komm. Bist du auch da oben gespawnt? Ja. Die kommen jetzt hier runter? Aha, alles klar. Hier muss doch irgendwo noch eine Leiter sein, oder nicht? Hä, wenn wir jetzt hier einfach runterspringen, das gibt doch übel Fallschaden. Ja, gibt es dann auch wahrscheinlich. Hä, wenn ich jetzt hier das nicht. Wie sollen wir denn jetzt hier runterkommen? Ja, nee, da gibt doch nix. Harts. Hä? Macht ja gar keinen Sinn. Warte mal, ich kletter nochmal hoch. Hä? Geht hier auf was? Wollen wir da röberspringen? Ja, das ist ja kein Problem. Okay, you can jump in one. Ich komm mit hoch. Ach du heiliger Blindenham. Bim bam. Bim bam. Was denn? Warum kann ich euch nicht quatschen, während ihr auf der Leiter seid? Das ist voll frech. Flora hat einfach nur noch ein Leben. Was ist da denn passiert? Ja, schon passiert irgendwie. Benni, er war gerade da. Ja, ich weiß, deswegen war ich auch nicht da. Ja, ich weiß. Ding ist, du stehst auch nicht, hallo? Wir müssen ja hier irgendwie runterkommen. Boah, ich hab mich bloß erschrocken, dass die Tür aufgeht. Benni, Achtung! Spring einfach! Spring einfach! Kuscheln? Ich will nicht kuscheln! Ich bin die ganze Zeit im Kreis. Nein, Aua, ich tue mir auch noch weh dabei. Damien? Ja? Wie sieht's bei dir aus mit dem Download? Äh, müsste... Ist jetzt... Zirka hin. Komm, lass mich nochmal wegkommen, bitte. Lass mich nochmal wegkommen, bitte. Zirka noch ein Viertel, dann ist es fertig. Wirklich? Okay, also wenn's fertig ist, starte einfach. Ja. Aber du kannst einfach kurz das Tutorial machen, wenn du meinst, ist okay. Boah. Damit du so ungefähr weißt, was passiert wird. Ja, ja, ja. Das wird voll ungewohnt sein, weil ich normalerweise nur Playstation spiele und jetzt halt gleich mit... Ja. Ja. Das wird so eklig für mich. Wird wahrscheinlich sehr merkwürdig, ja. Ich halt so der klassische Playstation-Spieler bin. Und dann mit Maus und Keyboard. Das wird anstrengend. Na, Betty? Ja. Ja. Ich schenk das nicht, bleib mal stehen bitte. Oh Gott. Wie geil. Oh Gott, Betty, lauf, 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 lauf. Einwand frei! Okay, gut. Dass ich nicht geschnappt worden bin. Jetzt ist auch noch die Monsterwut erhöht. Ja, das reicht auch schon. Äh... Wollt? Oh. Jackpot! Das gibt's doch nicht. Ich war gerade so... Ich weiß gerade nicht, wen ich verfolgt habe, aber auf einmal einfach mitten in der Luft rumgerannt auf dem Meer. Ja, auch gut. Ja, ich würde sagen, da war da wohl die Verbindung weg, wa? Du hast mich verfolgt. Jo, Shadow, wie sieht's aus? Ich guck noch mal nach. Es will gerade nicht so wie ich. Es lädt verdammt langsam gerade. Okay, gut, dann gehen wir so nochmal in eine weitere Runde. Ja, könnt ihr machen. Ich melde mich schon, wenn... Das passen fünf Leute nur rein, ne? Hm. Hm. Ja, mit Shadow sind wir dann fünf. Ja. Weil Coco dann halt auch Zeit hätte. Ja... Wär zuerst mal zuerst. Ja, das ist aber so das Ding, ne? Hm. Okay, dann machen wir rein. Let's go. Ja, zur Not, keine Ahnung. Wenn ihr sagt, ihr wollt dann später noch mit Coco spielen, mach ich gerne Platz, so ist es nicht. Ich bin sowieso auch gleich weg. Eben, dann haben wir eh wieder Platz. Ja, okay. Okay, let's go. Weiter geht's. Die Aufnahme ist auf jeden Fall vier zu kurz, das sag ich schon mal. Ja, voll. Deswegen hängen wir direkt eine ran. Ja. Ja. Wenn man so die ersten Folgen bedenkt hat, ist das jetzt schon relativ weit geschafft. Ja, oder? Dafür, dass ich euch erst so viel gegilt hab. Langsam wird's ein bisschen clean. Einer nach dem anderen umgefallen seid. Ich bin über Teile erstaunt. Teile, wie viel hast denn du das Spiel schon gespielt? Zwei, zwei oder drei Runden mit mir. Krass. Also dafür läufst du echt gut weg. Echt? Wie ich so an Betty denke. Ey, meine ersten Runden waren ja Katastrophe. Ich bin straight up nur gerade ausgelaufen und hab mich gewundert, warum du mich trotzdem gecatcht kriegst. Hm. Das lädt jetzt auch irgendwie echt lange seitdem Teile dabei sind, oder? Keiner zwei. Ja. Seitdem lädt es länger. Oh. Ich hab ihm gerade gesagt, dass er dann schon mal auf Arctic raufkommen soll. Kann er machen. Und dass du ihn dann runterziehen sollst. Machen wir dann so. Wenn die Runde vorbei ist. So. So. Guck mal. Wir sind schon bei Gefangenen entführen, ja? Es ist schon mal ein Fortschritt. Fünf Stunden bist du schon live, Betty. Wow. Ja, oder? Ich hab eben gerade die fünf Stunden Mark weit geknackt. Kann es auch mal sehen wie lange wir schon wieder aufnehmen heute. Ich bin kurz bevor wir angefangen haben, bin ich live gegangen. Ja. Das stimmt schon wieder. Also sind wir halt safe schon so viereinhalb Stunden dabei. Oh, mit dem U-Boot. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Konzentiert, Bitch. Hahaha. Na, ich hab Platzangst so. So. Hi Allah. Hier ist dasPC-Dank. Hier ist dasPC-Dank. Jetzt hab ich gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Joah, es ist das Po. In der tramite Sand sieht. Das ist die Autonomische Muslims. In der Hand, wo ist die erste Mal. Ich hab's gesehen. Hallo, wo seid ihr? Oh, das ist ja, natürlich. Oh, dass ist der Punkt. Und wo wird die erste Mal. Mach mich doch nicht! Mann, Flo! Jass. Steht ein Code in der Wand, soll ich euch das mal ansagen? Ja, sag an. Das wäre nett, ja. 9, 3... Ja. 5, 1. Cool. Wer ist da jetzt gerade instillend gestorben? Tyler. Oh Mann, Tyler. Aber ich hätte ihn ansonsten auch weg gehabt. Nix da. Erstmal einen Schlag auf den Kopf bekommen, wenn sie... Oh. Das kann es ja nicht angehen! Wie schaffst du das immer zu entkommen? Ich bin smart. Work smart, not hard. By the way, es ist fertig installiert. Einwandfrei! Warum finde ich denn jetzt alle hier? Kann doch nicht sein. Ah, hier ist noch ein Rucksack. Oh, sehr gut. Ja. Am besten einfach mal ins Tutorial, damit du so ein bisschen mal Steuerung und so... Genau. Bist du vielleicht nicht ganz so lost gleich. Ich bin ständig lost. Da fällt das auch nicht mehr auf. Lauf! Lauf! Ja. Ich brauche... ...n scheiß Dings. Äh, ja toll, Tyler. Wegen dir backe ich jetzt in der Wand. Oh, geil! Haha, geil! Scheiße! Warte mal, komm mal kurz zu dir. Wo bist denn du? Ich brauche auch keine Spritze. Hier kommt es glaube ich nicht raus. Das kann doch alles nicht sein, dass ich das jetzt nicht mehr... Das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt nicht mehr... Ja, wo bist denn du? Ja, da wo ich eben mit Tyler war. Da war ja noch irgendwer anders. Ja, das war ich. Glaublich. Also, ich bin so irgendwo in der Wand halt. Ich glaube, hier kommt auch keiner von euch hin in die Nähe. Warte, ich kenne dich. Ich kenne dich, ich kenne dich, ich kenne dich. Ah, da! Oh. Da unten ist ein Hammer, das schwebt gerade irgendwo in der Luft. Ja, das bin ich. Komm mal, bist du draußen oder bist du drin? Oh nein. Warte mal, jetzt bin ich gleich draußen. So. Ich bin doch springen. Hahaha. Das ist jetzt echt belastend irgendwie. Ja, das ist echt scheiße. Was backst du jetzt in der Wand? Ja, aber unten auf dem Boden. Hä? Also, ich glaube, einer müsste... Also, vielleicht, wenn einer draußen ist... Nein, aber ich glaube, das ist auch so... Jo, wo genau bist du denn? Hier. Hier, Betty, hier. Hier, hier, hier. Da unten. Kannst du mich hitten? Bist du. Ja. Genau, über dir. Auf dir. Auf dir. Ich stehe draußen vor dem Fenster. Weil, so, verrätet zwar gerade viel, aber ich habe ein First Aid Kit, so, ich kann mich halt quasi instant wieder healen, damit du da halt dich entbuggen kannst. Ich müsste halt, wenn dann, einen killen. Aber das geht nicht. Ich treffe niemanden. Mhm. Also, nochmal Neustart. Hä? Ich würde sagen, dann beenden wir die Runde jetzt ganz entspannt. Ja, genau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Super! 19 Minuten, zweite Runde, Abbruch, einwandfrei. Läuft klasse. Sollen wir noch einen dritten Versuch hinterherhängen? Ich meine, wird wahrscheinlich eh nur 5 Minuten dauern. Oh, ne. Die erste Runde haben wir jetzt schon mal im Kasten, würde ich sagen. Okay, gut. Okay, so. Ja, hat Spaß gemacht. Würde ich auch sagen. Dann war einmal frei. Doppelter Sieg, besser geht's nicht. Also, ich finde, das war schon wirklich fängig. Gut. Also, habt ihr einfach gut gemacht. Da hatte ich einfach keine Chance. Haben wir sehr gut gemacht. Alles klar, sehr viel Spaß gemacht. So, Leute. Tschüss, ne. Man sieht sich bei der weiteren Zeitung. Frau unserer Doppelkin. Bis dann. Ciao, ciao. Schau uns auch bei den anderen vorbei. Ja. Tschüss. Tschüss.